Das ist die Erde, hier. Und der Mond, da. Die Taschenlampe ist die Sonne. Siehst du? Der Mondschatten fällt auf die Erde. Und jetzt pass auf. Wenn der Mond weiterzieht, kommt das Licht wieder. Steckt er jetzt fest? Ich hab's doch gesagt. Das Ende ist nah. Ewige Dunkelheit. Jemand sollte vorsichtiger mit dem Kleber umgehen.